Moin, diesmal mache ich ein Video und heute haben wir den 22. Hier steht ja schon der Kalender, wie immer, hier haben wir den schon, der Walk Spoon, hier ist die Lampe, ist der UV, grün und rot so ähnlich, der hat wieviel Gramm, 4,2 Gramm, Rückseite schwarz, gucken, vielleicht gucken mal ob der auch UV aktiv ist, ja, geht nicht an, ja, vergesst das Gewinnspiel nicht, das ist ja am 24. Und ihr habt noch zwei Tage Zeit und viel Glück und ja, wir sehen uns morgen. Tschau! Oh, 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 oh! Oh, oh! Oh, oh, oh! Vielen Dank.